Im letzten Video bin ich auf die wichtigsten Grundlagen zur Containerklasse Vektor eingegangen und habe dort auch gezeigt, wie man auf die Elemente in einem Vektor entweder mit der Funktion add oder den eckigen Klammern zugreifen kann. In 10++ ist aber noch eine weitere Möglichkeit für den Zugriff auf die Elemente vorgesehen, und zwar mit Iteratoren, die insbesondere im Zusammenhang mit Algorithmen, also zum Beispiel mit dem Sortieren oder dem Zählen von bestimmten Elementen in einem Container, angewendet werden. Diese Iteratoren kann man sich als eine verallgemeinerte Form von Pointern vorstellen. Das heißt, ein Pointer ist sogar ein spezieller Iterator, nämlich ein Random Access Iterator, aber andersherum muss ein Iterator nicht zwangsläufig ein Pointer sein. Okay, so zum Einstieg ist die Verwirrung hoffentlich noch nicht zu groß, denn ihr werdet gleich schnell erkennen, dass die Verwendung von Iteratoren gar nicht so schwierig ist und man damit zusammen mit den Algorithmen aus der Standardbibliothek eine ganze Menge machen kann. So, bevor ich jetzt aber ins Programmieren starte, will ich zunächst noch einmal ganz kurz auf die verschiedenen Typen von Iteratoren eingehen. Grundsätzlich kann man erstmal festhalten, dass es fünf verschiedene Typen von Iteratoren gibt. Und zwar sind das Eingabe- und Ausgabe-Iteratoren, dann sogenannte Vorwärts-Iteratoren, bidirektionale Iteratoren und die gerade schon genannten Random Access-Iteratoren. Die Rahmen hier sollen den Funktionsumfang des jeweiligen Iteratortyps symbolisieren. Das heißt also, Vorwärts-Iteratoren können auch das, was Ein- und Ausgabe-Iteratoren können. Der Funktionsumfang von Vorwärts-Iteratoren steckt in bidirektionalen Iteratoren und Random Access-Iteratoren sind schließlich die mit dem größten Funktionsumfang. Im Wesentlichen kann man unter Funktionsumfang hier verstehen, wie man durch die Elemente eines Containers durchnavigieren kann. Okay, stellen wir uns das mal bildlich vor anhand dieses Containers, in dem ein paar Integer-Zahlen gespeichert sind. Das ist jetzt also zunächst einmal irgendeine, für dieses Beispiel erstmal nicht näher spezifizierte Containerklasse. Würde dieser Container nur einen Vorwärts-Iterator anbieten, dann bedeutet das, dass der Zugriff quasi eine Einbahnstraße ist. Man kann also immer nur in Richtung Ende des Containers navigieren, und zwar auch immer nur um ein Element weiter. Das heißt, mit dem Vorwärts-Iterator kommt man nicht zurück, es sei denn, man setzt den Iterator natürlich wieder auf den Start. Aber man kann eben nicht in die andere Richtung navigieren. So, das kann aber wiederum der bidirektionale Iterator. Mit dem kann man also vorwärts und rückwärts navigieren, aber auch jeweils immer nur um ein Element. Und den völlig wahlfreien Zugriff auf die Elemente bietet dann eben nur der Random-Access-Iterator. Mit dem kann man also beliebig auf die Elemente im Container zugreifen. Okay, welchen Typ von Iterator man auf eine gegebene Containerklasse anwendet, kann man sich nicht einfach aussuchen, sondern das ist im Grunde implizit vorgegeben durch die Datenstruktur des jeweiligen Containers. Machen wir es mal konkret. Die Datenstruktur, die hinter einem Vektor steht, ist ein ganz normales Array. Und typisch für ein Array ist, dass alle Elemente immer in einem zusammenhängenden Speicherbereich liegen. So, und dadurch ist der Zugriff auf die einzelnen Elemente also beliebig möglich. Und dieser kann wiederum dann durch einen Random-Access-Iterator realisiert werden. Bei der Containerklasse List sieht das anders aus. Die Datenstruktur hinter einer List ist eine sogenannte doppelt verkettete Liste. Die einzelnen Elemente sind dabei total verteilt im Speicher und die Verbindung zwischen den Elementen entsteht dadurch, dass jedes Element die Adresse zu seinem Vorgänger und zu seinem Nachfolger speichert. Ausgehend von einem Element kann man also nur entweder auf den Vorgänger oder auf den Nachfolger navigieren. Und das ist also eine Funktionalität, die durch einen bidirektionalen Iterator angeboten wird. So, und noch eingeschränkter ist die Navigierbarkeit bei einer sogenannten Forward-List. Das ist nämlich eine Liste, die nur einfach verkettet ist. Jedes Element speichert also nur die Adresse seines Nachfolgers, aber nicht die des Vorgängers. Dadurch kann man nur in eine Richtung, also eben vorwärts navigieren, was durch einen Vorwärts-Iterator realisiert wird. Wenn ihr noch genauer wissen wollt, wie so eine einfach verkettete Liste funktioniert, schaut mir in das Video, das ich hier oben verlinkt habe. Okay, soweit sollte jetzt klar sein, dass es erstmal verschiedene Iterator-Typen gibt, die sich in dem möglichen Zugriff auf die Container-Elemente unterscheiden. Was das genau für die Programmierung bedeutet, will ich jetzt an ein paar einfachen Code-Beispielen erläutern. Und dazu fange ich erstmal mit einem Vektor an. Dieser Vektor mit dem Namen MyContainer speichert also Character und die ersten vier Zeichen habe ich mit TEST, also Test, initialisiert. Der Iterator für den Vektor ist ein Objekt, das wir instanziieren müssen. Dafür bietet die Container-Klasse zum Beispiel die Funktion Beginn an. IT ist also der Iterator für meinen Vektor, der jetzt auf das erste Element in dem Vektor zeigt. Und dass es sich hier um einen Random Access-Iterator handelt, kann man leicht demonstrieren, indem man über diesen Iterator auf ein beliebiges Element im Vektor zugreift. Der Zugriff erfolgt hier also wirklich über den Iterator und nicht über den Vektor selbst. Auch charakteristisch für Random Access-Iteratoren ist, dass man den Iterator um mehrere Elemente verschieben kann. Mit der Funktion AND setze ich den Iterator hier hinter das letzte Element. So, und dann setze ich durch Dekrementierung den Iterator um zwei Positionen zurück, also vor den Buchstaben S. Und an der nächsten Zeile erkennt man auch die Ähnlichkeit zum Pointer. Hier dereferenziere ich den Iterator und greife damit dann auf den Speicher zu, in dem das S gespeichert ist, und überschreibe das mit dem X. So, und jetzt nutze ich den Iterator, um den gesamten Inhalt des Containers noch auszugeben. Die Ausgabe ist hier also Text, weil das S eben zuvor mit dem X überschrieben wurde. An dieser Schleife sieht man auch die drei wichtigsten Eigenschaften von Iteratoren, die auch bei allen hier besprochenen Iterator-Typen gleich sind. Nämlich erstens, Iteratoren kann man inkrementieren. Zweitens, Iteratoren kann man dereferenzieren, um auf den Inhalt der Container-Elemente zuzugreifen. Und drittens, Iteratoren kann man vergleichen, zumindest mit genau gleich und ungleich. Größer oder kleiner Vergleiche gibt es dann wiederum nur bei Random Access-Iteratoren. Okay, an diesen Code-Beispielen sieht man also prinzipiell, wie man mit Random Access-Iteratoren durch einen Vektor navigieren kann. Jetzt mache ich mal aus diesem Vektor eine List. Ich habe hier also an zwei Stellen das Wort Vektor durch List ersetzt, und zusätzlich habe ich die Ausgabe des dritten Elements nochmal hinzugenommen, die wir gerade bei Vektor schon gesehen haben. Und was man jetzt im Code sieht, ist, dass hier plötzlich zwei Fehler auftauchen. Ich darf hier nämlich zwei Operatoren nicht mehr anwenden. Und das sind erstens die eckigen Klammern und zweitens dieser Minus-Gleich-Operator. So, diese Fehler poppen auf, weil der Iterator eben hier oben kein Random Access-Iterator mehr ist, sondern ein bidirektionaler Iterator. So, das heißt, man darf also nicht über eckige Klammern auf beliebige Elemente im Container zugreifen. Und ich darf eben diesen Iterator immer nur um eine Position vor- oder zurücksetzen. So, auf diese Weise funktioniert es also, auch wenn es jetzt nicht besonders schön aussieht. So, und um das Beispiel vollständig zu machen, ändere ich die List nun auch nochmal in eine Forward-List. Jetzt erhalte ich hier den Fehler, dass ich den Minus-Minus-Operator nicht anwenden darf, und zwar, weil der Iterator jetzt ein Vorwärts-Iterator ist, der eben nur inkrementiert, aber nicht dekrementiert werden kann. Das geht also nicht, will ich jetzt hier aber trotzdem das S durch ein X ersetzen, geht das eben nur, während man den Container vorwärts durchläuft, also zum Beispiel in dieser Vorschleife hier. So, als Lessons Learned sollte man bis hierhin mitnehmen, dass die einzelnen Container-Klassen unterschiedliche Typen an Iteratoren anbieten, die entweder einen wahlfreien Zugriff auf die Elemente ermöglichen, oder mit denen man immer nur um ein Element vorwärts oder rückwärts navigieren kann, oder mit denen man den Container eben nur vorwärts elementweise durchlaufen kann. So, und das sollte man zumindest im Hinterkopf haben, bei der Wahl einer Container-Klasse aus der C++-Standard-Bibliothek, die man in seiner Anwendung einsetzen möchte. Iteratoren werden aber nicht nur für den Zugriff auf einzelne Container-Elemente benötigt, sondern auch, um an beliebigen Stellen Elemente hinzuzufügen oder zu löschen. So wie das geht, zeige ich als nächstes. Das Ganze bereite ich erst einmal vor, indem ich einen Integer-Vektor erzeuge und den mit ein paar Zahlen initialisiere. Und weil ich gleich den Vektor mehrmals ausgeben werde, schreibe ich noch eine Ausgabe-Funktion dazu. Als erstes füge ich jetzt eine Zahl ein in den Vektor. Dazu nutze ich die Funktion Insert. Der erste Übergabeparameter darin ist der Iterator, der auf die Stelle zeigt, wo ein neues Element eingefügt werden soll. Die Position, die ich hier angebe, ist ausgehend vom Anfang des Containers zwei Positionen weiter, also vor der vier. Und der zweite Parameter ist das Element, das eingefügt werden soll. Manchmal möchte man nicht nur ein, sondern mehrere Elemente einfügen, zum Beispiel in einer Vorschleife. In dieser Schleife springe ich immer um zwei Positionen im Container weiter und dann füge ich vor der jeweiligen Position immer eine 0 ein. Ganz wichtig hierbei ist, dass Insert einen Iterator zurückgibt. Es kann nämlich sein, dass beim Einfügen der ganze Container im Speicher verschoben wird. Dann muss also der Iterator aktualisiert werden und wenn man diese Aktualisierung nicht übernimmt, kann es einen Fehler geben, da man versucht, in einen nicht mehr zulässigen Speicherbereich zu schreiben. Ähnlich einfach wie das Einfügen, funktioniert auch das Löschen einzelner Elemente. Und dazu gibt es die Funktion Erase. Dazu muss man mit dem Iterator also der Funktion nur die Position des Elements angeben, das gelöscht werden soll. Und hier ist es das erste Element. Man kann aber auch einen Bereich löschen und in dem Fall bekommt die Funktion Erase noch ein zweites Argument, nämlich die Position, die nicht mehr zu dem Bereich gehört, der gelöscht werden soll. Also begin plus 1 ist hier in dem Vektor die Zahl 2 und begin plus 4 ist die Zahl 6, die wird also nicht mehr gelöscht. So, Iteratoren, unabhängig vom Typ, bieten also einen komfortablen Zugriff auf die Containerelemente und können auch für das Einfügen und das Löschen von Elementen genutzt werden. Und dieser Komfort wird unter anderem auch intensiv von den Methoden oder Funktionen der Algorithm-Bibliothek genutzt. Und das will ich jetzt an drei Beispielen zeigen. Zunächst einmal binde ich noch die Algorithm-Bibliothek ein und im ersten Beispiel nutze ich die Funktion Sort, um die Elemente im Vektor aufsteigend zu sortieren. Dazu muss ich also der Funktion Sort nur den Iterator auf den Anfang und das Ende des Containers übergeben. Es ist aber auch möglich, nur Teile des Containers zu sortieren. Hier habe ich das erste und das letzte Element von der Sortierung jetzt mal ausgenommen. Im zweiten Beispiel lasse ich die Häufigkeit eines bestimmten Elements in einem Vektor zählen mit der Funktion count. Man muss dieser Funktion wieder dem Bereich übergeben, in dem das gesuchte Element gezählt werden soll und wonach gesucht wird, ist der letzte Parameter, hier also die 0. So, im letzten Beispiel lasse ich diesen Vektor hier rotieren. Das heißt, die Elemente im Vektor werden nach links verschoben und alles, was dann also links herausfällt, wird dann hinten wieder angefügt. Dazu kann man die Funktion Rotate nutzen. Das erste und dritte Argument beschreiben, wie der Anfang und Ende des Bereichs der rotiert werden soll. und das mittlere Argument beschreibt die neue Startposition des Containers nach der Rotation. So etwas kann man zum Beispiel nutzen, wenn die Elemente im Container eine Reihenfolge haben, nach der eine Abarbeitung erfolgt. Und wenn man dann bestimmte Elemente vorziehen möchte, kann man das eben über eine Rotation realisieren. Das erste und dritte Argument